So, hier der Ronny Farr im Quasimodo RJBO, darf ich wie viel das Konzertbann nennen? War saugeil, war richtig geil. Wie oft hast du dich schon live erlebt? Das war das erste Mal. Das erste Mal? Ja. Aber nicht ganz vorne, du bist eher oben in der gemütlichen. Wir waren ganz vorne dabei gestanden. Du hast auch ordentlich mitgekommen. Nein, wir haben eben am Rand gestanden, dass wir das Konzert schön mitkriegen. Okay, du musst dich hier bisschen schonen, wo spielst du mittlerweile? Gar nirgends im Moment, ich bin im Moment arbeitslos. Was kommt, was kommt? Ich weiß noch nicht, was kommt. Hast du schon irgendwas unter Dach und Bach? Wäre noch nix, dass alles auf mich zukommen. Vielleicht, vielleicht endlich ja so. Da, was es gibt, da will ich hin. Okay, er will es nicht verraten. Ronny, du darfst Leute grüßen. Grüß, wenn du willst, schieß ab. Ich grüße Johannes, meine Freundin, die krank im Bett leid. Und alle, die mich kennen. Das sind noch ein paar Tausende. Die Lena Meier Landruten ist noch größer. Wir haben gewonnen. Die Lena Meier Landruten. Hi. Seit 1982, da bin ich geboren. Ich hab quasi Geburtstag. Du hast quasi im quasi Geburtstag. Ich hab quasi im quasi Geburtstag.